so da ist die runde auch wieder voll da sind wieder alle leute drin ja also abonnenten zocken kommt gut an immer wieder rein joinen wenn ihr irgendwie jemanden uns hier zocken sieht einfach hinterher kommen ja ganz ruhig das wird direkt vor dem oder welchen schritt zurückgeportet man nicht vorbereitet es kam danach noch dreimal auch wenn es überlebt hätte ich dachte ich habe ihn erwischt aber irgendwie bin ich gar nicht durchgekommen also ich habe überhaupt keinen mit einer sarah zahl gedenk frisur die haben alle bei mir eine kurze haare bisschen anders ich dachte die hätten auch so ein bisschen länger nach hinten gegelt hat die runde gedreht fenni jetzt jetzt ernst fenni im gegner team aber ich habe irgendwie jetzt gelesen unter einem meiner videos ab 6000 blut geht die krankheit automatisch weg nein nicht ganz du verlierst ab 6000 blut keine hp mehr hast du danach wieder mehr blut geht es wieder weiter okay mit messer dürfte man hier definitiv nicht kämpfen egal wenigstens bin ich jetzt von der video runter kam der von hinten fenni du sagt dachte ich kann da irgendwie mich heilig rein schleichen sichern wir mal den tresor gibt sich noch einen zweiten bombenspot warum will man das geld eigentlich die luft sprengen hör wo hat der geschossen geil so knapp aber der der bro ist auch gefährlich die haben alle andere frisuren gerade hatte ich kann nicht ein aber die sarah zage denk frisur oh hallo kart oha 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 sofort netshot reingedrückt kriege verzieh dich doch du camper wattenpenner man und dann wartet der in der nächsten ecke auf mich ey der scheiße der typ ist der mag baguette nein verdammt ich dachte fenni kommt da so ihr seht es hier alle schön im bild der muss eigentlich noch 5 sekunden erhalten dieser schöne screenshot scheiße man schön mit der pumpe richtig mit der pumpe reingedrückt ey vorne da vorne ja ich hab nen pump gun der scharf schönste maf ja wieder der shotgun mit 6 lebenspunkten und der shotgun unterwegs auf der mauer auf der lauer liegt ein kleiner sniper die in der gruppe alle ducken stell weg oh der ist schon unten im tresor drin der typ wow zwei auf einmal ok ich bin im tresor kommt mich jemand sichern ja ich komm oh geschützt euch boah ich schieb so viel frust bei diesem spiel alter war das fies natürlich gehen dann drei schüsse von mir vorbei mein gott hier noch nen piepen mal aufliegt die bombe bei dir scheiße ja ich kann sie nicht anvisieren doch jetzt beschützt mich oh was wie dämlich ey ich höre da noch so nen piepen er hat ein handy geklingelt ich höre die ganze zeit die bombe hier und ich woher können die denn sein maf ist doch die ganze zeit im tresor verdammt erst hat er mich erschossen und jetzt beschützt er noch die bombe der gehört gar nicht in unser team das ist hier ein überläufer das hat nils mich auch noch angemessert oah Winnie the bot so haben wir noch nen bot im team mr baguette ja schieß mal schön durch die wand du held aber irgendwann hast du keine muni mehr nein wie schnell kann der bitte nachladen man das ist doch nicht fair weißt du der hat ne pp neun lebenspunkte hat der typ noch der fängt an nachzuladen und schießt einfach weiter ohne magazin drin ok alter ist das unfair man x ist im tresor jetzt kommt der erste mr baguette haha aber da kommt euch der zweite und da hat er keine chance zu schnell nachgeladen ach der hatte nur die die ump ja da hat er sowieso nicht mehr schuss ich weiß gar nicht in welcher aufnahme ich jetzt bin muss ich noch eine oder bis nach der runde zu ende ich glaube nach der runde ist vorbei für dich ist gerade immer nur vorbei ja ich müsste eigentlich noch einen dranhängen aber ich kann noch eine kürzere machen der ist schon wieder bei der bombe der typ bombe wurde gelegt ich bin nicht hingekommen ich fühle mich wirklich unfair benachteiligt weil ich hier mit so einer abartigen shotgun spielen muss die hätte ich jetzt lieber als diese blöde pistole aber denk dann du kannst die zweite halbzeit noch mit rein nehmen dann ist die aufnahme ja komplett jetzt wechseln wir gleich die teams naja gut na gut dann lass ich die gleich noch mit drin dann wird das wieder ein bisschen eine längere runde hier 5% ja du kannst ja als polizist nicht sagen wie lange der einsatz dauert ne aber wir haben gewonnen ja die hälfte haben wir geholt das ist auf jeden Fall schon gut jetzt müssen wir den Tresor sprechen das kriegen wir jetzt hin was Teamwechsel oh mein Gott jetzt müssen wir die bombe legen ich hab das Ei aber wieder bei null anfangen ich geh aufs Dach ich auch bitte schneller ich bin im Tresor drin und leg oh das gibt's ja nicht ich brauch ein bisschen Zielwasser hat jemand was von euch dabei? haben alle Bombe dran wenn noch einer lebt? 5,4,3,2,1 entschärft ich hab das gar nicht mitbekommen ich hab kein einziges mehr gesehen oh man Nils ist raschig wieder aus oh ja ich hab die Bombe schießt wieder auf uns hier komm ich da am schnellsten rein hier direkt ins Moor ich glaub der war wohl sauer ich war der Bombenträger haben die Gegner nen Bot ich will auch nen Bot ich treff ihn nicht nein was war das denn jetzt bitte jetzt hab ich schon nur 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 Salven abgefeuert aber ich hab ihn nicht nicht erledigt oh oh wenn wir uns jetzt nicht gegenseitig abschießen können wir es schaffen ich geh lieber in Deckung ja besser ist das duck dich weg ey direkt hinter das Auto springen let's go ich lebe noch alle gehen sofort hier hoch nee komm oh jetzt bin ich dauer tot also jetzt die Runde läuft nicht gut für mich hab ich einen oh da sitzt hier einer oh Mann oh 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 das ruckelt grad ganz schön oder kann das sein? ja jetzt hab ich mich grad schön weg teleportiert kein Dauerfeuer was ist das? oh gut sauber 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 richtig gut oh als würden wir nur ohne Dalukat machen verlieren wahrscheinlich ich bin immer noch bei der AK das gibt's doch nicht ist doch geil die AK ist doch super die ist klasse komm mit, komm mit, komm mit einer da war sogar noch ein Teamkamerad da war sogar noch ein Teamkamerad aber der hat erst nicht erschossen immer alle auf Marv schnell alle auf Marv der braucht mehr Tode der hat die letzte Runde zu sehr die Leute weggerupst da wird gleich definitiv nochmal ein Teamkamerad von mir geben bei wem weiß ich noch nicht ich hoffe nicht bitte nicht ey bei dem der am nächsten Rand steht dafür dass gerade keine Sau mitgekommen ist ich bin versucht zu dir zu kommen aber ich hab versucht in den Bombenraum reinzuspringen und auf dem Weg über die Balustrade zur Bombe hin Neo Dauerfeuer hat das nichts gebracht jetzt hab ich Angst so jetzt hab ich die Bombe direkt neben mir steht Marvzock ich hab die Bombe hau ab doch doch der steht neben dir das war er nicht ich hab ihm keinen Teamkill gegeben ich hab ihm einfach nur einen Shot gegeben wir sind alle gleich aus wenn nicht dass einer aus Rache auf uns schießt boah von hinten ja super von dem nein das ist der Bombe wird entschärft Bombe wird entschärft ich komm hier nicht rein da sind aber zu viele so Dauerfeuer ja es ist egal die Bombe ist entschärft ich hab noch ein Kill mit nicht sofort die Bombe legen wir kommen wir kommen nicht sofort in diesen Bombenraum rein das geht schon das geht total schnell alleine aber wir kommen alle nicht rein oh nein schnell weg ich hör hier doch schon wieder ein Messer ich schotzt dieser Mayo nochmal ein Teamkill Gabriel hast du den Eindruck wir gehen wahrscheinlich wieder schon alles zu Bomben drauf boah kam der mit dem Messer auf mich zugerang ja dann hab ich aber gekillt das konnte ich nicht zulassen zack meiner also die die Rückrunde läuft nicht so wahnsinnig gut für mich hier also ich bin gerade irgendwie das schwarze Schaf des Teams glaube ich boah kommt der vorbei und drückt ihr ein mit der Pumpe ja zack ok jetzt müssen wir noch was zeigen Leute ja wir machen es genauso wie beim letzten Mal wir lassen die so ein bisschen das ist unsere letzte Schock und ich bin wieder in der Glockrunde genau wie beim letzten Mal die Runde muss ich überstehen hat einer die Bombe aufgenommen? ja Bombe? nameless nameless hat sie und der wirft sie weg kann nicht gut zu sein zack hab ihn vom Dach geholt oh den hab ich auch oh hallo hallo entschuldige Glock sorry oh das läuft da vorne nein also einer sollte immer bei der Bombe bleiben und die beschützen wenn die gelegt ist glaube ich das wäre zu einfach das wäre zu einfach das wäre zu einfach ja wir könnten ja gewinnen das ist zu viel Teamwork hier ist jeder für sich weil warum hab ich jetzt die Bombe aufgenommen? weil er die gerade rüber geworfen hat komm mit komm mit komm mit komm mit ja genau ich hab mich extra umgedreht und um mich sofort geblendet ich hab mich gesehen dass einer mit vom Bombe kommt eigentlich nur der Witz in den Raum fassen einfach nicht alle Terroristen ja ich sag das doch schon dass er mitkommen soll nein was war das denn jetzt Mejo ich hab das so gut gemacht und dann rupst der Mejo mich weg Wahnsinn wir können die Runde noch unentschieden enden lassen also ich hab die Bombe ich hab sie dir zugeworfen vielen Dank ich komm auch mit dir in den Raum ich bin noch gar nicht in den Raum ja und bin beim Versuch gestorben einfach in deinem Raum jetzt liegt die Bombe auch an einem ganz blöden Platz also die müsst ihr ihr müsst aufs Dach und dann ist da so ein Schornstein und an dem Schornstein ist so ein roter Schornstein und an dem ist die rechts ja sauber ja sauber ganz großes Kino richtig cool oh schön gib ihm noch 2 AP ne Shotgun Mejo muss das Ding drehen warum springt der denn mit springst du langsamer ja das war's wir haben verloren es war so gut wir haben es wirklich versucht mit aller Kraft die Runde noch zu drehen aber es ist vorbei danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal macht's gut bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal